Mich hat der Film unglaublich berührt. Also ich wusste schon sehr viel über das Thema. Und trotzdem hat der Film es geschafft, mich noch mit so viel weiteren Hintergrundinformationen zu versorgen und mit so vielen Fakten, die mir vorher nicht klar waren, dass es mich noch tiefer berührt hat, als ich von vornherein davon überhaupt ausgegangen bin. Es ist eine wunderbar durchdachte Dokumentation, die einen einfach mitzieht, weil sie einen in das Geschehen integriert und auch jemanden, der gar keine Ahnung hat, bevor er in diesen Film geht, worum es eigentlich geht. Ja, gar keine Chance hat, sich dem zu entziehen. Er wird emotional mitgetragen und es hat mich sehr berührt, der Film.